So Leute, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Füge Schaden mit Mechanikwaffen zu. Ich denke mal, die, die eben schon die Aufgabe gemacht haben, mit dem Bogen herstellen, die haben diesen Bogen auch benutzt und haben damit natürlich auch Schaden gemacht. Aber das zählt ja nicht in der Runde, denn die Aufgabe bekommt ihr erst in der nächsten Runde. Wie ihr Mechanikbögen herstellt, haben wir ja eben schon ein Video davon gehabt. Rennen bitte einfach weiter. So, wir erstellen uns hier aber noch den Boom-Bogen. Das war klar. Gute Reaktion. Also wir haben uns jetzt den mechanischen Boom-Bogen hergestellt, aber ich zeige euch natürlich, wie ihr den normalen Mechanikbogen herstellt. Zack, stellen wir uns mal hier oben hin. Denn das ist jetzt der Mechanik-Boom-Bogen und dann haben wir den Tüftler-Bogen. Der zählt noch nicht als Mechanik-Bogen, denn der grüne Bogen einfach R1 drücken, dann Mechanik-Bogen herstellen mit vier Mechanik-Teilen. So, dann haben wir den nämlich auch hergestellt und so habe ich quasi beide Waffen. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, weil eigentlich müsste der Explosiv-Schaden auch zählen. So, jetzt hat es natürlich erstmal wieder Gegner finden, aber ich wollte euch auf jeden Fall schon mal beides zeigen, wie ihr beides halt herstellen könnt. Aber ich denke mal, die meisten werden es inzwischen selbst schon herausgefunden haben, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr mich natürlich unterstützen wollt, wenn ich euch die Aufgaben hochlade etc. pp., die können natürlich gerne meinen Creator-Code eintragen. Oder auch gerne ein Abo da lassen, Like da lassen, mal im Livestream vorbeischauen. Vielleicht können wir mal zusammen eine Runde spielen, zumindest mal was Leveln betrifft. Dann, wenn wir wieder im Spiel ein bisschen weiter fortgeschritten sind, eventuell auch wieder Custom-Games. So, jetzt müssen wir hier echt erstmal einen Gegner suchen. Hey, es kann ja nicht sein, dass wir hier keinen Gegner finden. Bing, 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 bing. Ich will euch auf jeden Fall nur gerade zeigen, dass es auf jeden Fall zählt. Weil die anderen Waffen sind ja alles Ur-Waffen und hast du nicht gesehen, aber keine Mechanik-Waffen. Wo sind hier der Gegner hin? Ei, 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 ei. Ihr wisst ja, wie es ist, ne? Wenn ihr Aufgaben machen wollt und dann sucht ihr Gegner, dann kommen keine. Aber mit diesen zwei Waffen müsste das definitiv funktionieren. Das ist ein Team-Mate. Es gibt es ja nicht. Die sind wahrscheinlich wieder alle hier oben auf dem Turm. Ohne Quatsch, was sagt ihr dazu? Gruppenkeile, wenn der das hier Endzone ist, eine Katastrophe gefühlt. Echt. Ja, ne, ihr seht ja, die Bögen liegen hier so rum. Ähm, da haben wir einmal den normalen Tüftler-Bogen. Welcher Bogen ist das? Das ist nur der Urzeit-Bogen. Also der zählt auch nicht. Ihr müsst ihn definitiv umbauen. So, jetzt gehen wir mal langsam echt mal auf Gegner-Suche. Mich interessiert nämlich selber, ob das zählt mit dem Boom-Bogen, wenn die Leute nur Schaden durch den, die Explosion quasi bekommen. Na, wer macht der Auge auf mich? Gegner. Ich sehe nicht einen Gegner. Ja, du hast dich halt selber in die Luft gejagt. Das sind halt die ganz tollen Spezialisten. Aber ich fände hier nicht einen Gegner. Was ist denn hier los? Aber ich sage jetzt einfach mal, es wird funktionieren. Ihr werdet es gleich im Thumb-Mail sehen. Ich brauche jetzt hier eine Stunde rumlaufen und sehe keine Gegner. Die Tone muss ein bisschen mehr zugehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe. Ah! Na, er klaut mir auf den Gegner. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein!